so konservieren wir uns mal habt ihr das vorher nicht auch schon gemacht ne wirklich nicht jetzt bin ich da ah das erklärt noch einiges könnte ein grandioses spieler ja gut die bälle wo ich versuche um ich habe noch links ich wollte wie war das mit dem konzentrieren ja ich finde den beteiligen also knüppel ist der anderen dinge wir haben nicht darüber gekriegt kaputt mann 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 so direkt auf die massiv die da in den mittelfeld immer steht wir dürfen nicht so viel mit flanken arbeiten weil wir haben keine großen wir müssen was ich möchte mit der spiel oder mit essen sehr schön ooooh 12 12 sind du schon wieder so radikal 11 12 jaja ja 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 Aber ich verstehe das nicht, wenn Doso, wie es gerade auch, war ja so cooler Bälgerwetter. Da ziehe ich nicht bei Erna gefascht. Das ist eigentlich schon wieder nicht verstanden. Ich glaube, die legen hier die Upside-Regel manchmal ganz schön aus, wie sie wollen. Echt praziver. Oh, schade. Gar nicht hochkommen. Der hat voll und vor Drift gestanden. Mann. Aber da haben wir jetzt schon mal schnell vorne. Ja. Ja. Und das war's. Wirklich. Was ist das? Scheiße, früher, früher, oah. Scheiße. Magen. Das geht doch nicht. Ey, ich spüle noch was an zwei. Oh. Oh. Magen wir mal besser. Scheiße. Ja. 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 Ey, der sieht, da ist das Wehmann nicht stehen. Wieso passt der trotzdem bei ihm? Das war ich. Wer? Ich hab ihm da hingepasst. Aber das war eigentlich anders der Kopf, ne? Ne, also der redet beim Ballverlust, ne? Das war ich. Also ich hab halt aber auch Reiecke gekriegt. Ja. Ja. Ich hab mich da irgendwie gar kein Dicks über dir sehen gar kein... Äh, ich glaub das war ich. Ich glaube nicht. Dann hätt ich mir nicht gesagt. Oh, das war ich nicht. Ne, 45 Minuten, ich raste aus, ne? Ich raste aus. Ich raste aus. Ich raste aus. Das ist doch nicht normal, eh nicht. Da ist doch... Boah, ne, ich scheine nicht den Beleidigungen. Du ruhig. 45 Minuten. Ja, gut. Alter, so ist... So viel HS, das gibt's gar nicht. Ja, die haben schon das HS-Gel... äh, das HS-Gel mit der Muttermilch ausgesaugt. Äh, das hat doch krank damit worden. Das war so klar. In der 45. Minute. Mann, Mann, Mann. Die ganze Woche ist in mir so verdammt stark. Und heute... Wo waren wir denn stark? Ach so. Das waren wir gar nicht. Das waren wir gar nicht. Verdammt, hatte ich was anderes geguckt. Oh, der hat schon gelb. Du darfst dich von den vielen grünen Es... äh, nicht, äh, blenden lassen. Ja, genau. Alter. Warum geht bei uns sowas überhaupt nicht? Ist ja halt auch so ein Versuch, es auch mit den Dinger kommen nie durch. Das ist aber wirklich HS-mäßig, ja. Kurz vor Schluss und gleich zu Beginn dahin. Das ist aber schon zugehalt. Machen wir gewinnen. Ach, kein Rumpel-Duell mehr. Ich glaub ich ist echt näher, muss 2,20 Meter groß. da würde die steuerung aber keinen spaß machen so langsam und unwendig bei mir hängt jetzt schon wieder jetzt doch alles wird etwas leitungen der menschen ganz mann 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 ist ja an die absagen ist uns klar er bin abdallah könnten sich die eltern nicht entscheiden ob er deutscher oder zirkel ist wenn er hat da komm ich nicht mal zu schießen die klinz immer hin gelb rot das was warum ist jetzt durchgang weil fifa auf uns scheiß die schieße für die am meisten gefallen deswegen das müsst ihr euch auch irgendwie an trainieren oh man Boah, wie war das? Boah, wie war das? Das ist gut. Aus aller Lager und mit dem mit sich. Was kann denn da nicht wahr sein? Die Lager sich gerade schlappt. Guck dir doch, wieso gehen so Bälle bei denen immer durch. Bei uns nicht. Immerhin diesmal den Nachschuss nicht drin gehen. Es wird sein, das ist sogar unser Abstieg. Ja, dann gewinnen wir wenigstens mal wieder. Ja, das stimmt. Oh, nein. Wir sind schon keine Chancen-Tote mehr. Wir sind schon Chancen-Asche, Alter. Oh, nein. Normalerweise ist es wirklich nett. So kommen wir auch zum Tor, Manuel. Einwurf für Einwurf, nähern wir uns dem Tor. Ohne Sieg gehe ich nicht ins Bett. Ja, fünf Uhr wird es wieder. Ja, das ist wirklich blau, ey. Ja, da bleibe ich aber auch wach. Bei der Kunst-Ölmanie. Ja, pass, pass, pass. Oh, ja, ich... Nee, ich glaube, es hat ja schon gesagt. Kacke. Das war die Chance, du. Guck dir das an, wie da der Ball macht. Ja, ich hab das aber... Da hättest du aber oben drei passen müssen, so quer rüber. Die X hätte nichts gebracht, wenn wir zu kurz zu kommen. Schade, wir finden uns gefoult. Oder hättest du ihn wenigstens gelupft, den Tor aber. Also überlupft. Hm. Okay. Ich würde sagen, da wir jetzt hier auf das Sack gehen, absteigen. Dann stellen wir gerne mal kurz um. Dann spiele ich mir mal komplett auf, also Mittelfelf, Links oder Rechts. Gehen aus dem Sturm raus. Hat dir heute gar nichts mit uns. Ah ja, der sieht aus. Oder du machst den gleichen großen. Du brauchst ja großartig nichts ändern. Machst nur die Körpergröße an. Genau, ja. Der hat aus dem, wieviel Ding... Das wenigste Sommerplanken ankommen, weißt du. Ja. Ja, das ist halt gut. Da gucken wir gar nichts mehr. Man kriegt ja keine Armee in der Mitte. Ich glaube, ich mach mal 1,95 Meter. Abstieg. So.